Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 18. Mai 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1197, heute mit Update Uber, Oppo, Netatmo, Core T5 und Ikea. Aber gehen wir gleich von vorne los. Gestern, kurz nachdem ich die aktuelle Episode aufgezeichnet habe, sind die ganzen iOS-Updates, die macOS-Updates, die tvOS-Updates etc. und so weiter und so fort rausgefallen. Eine der grösseren Neuerungen sind sicherlich in der Apple Podcast App, passend hier zum Podcast, zu finden. Zum einen gibt es ein Tool für die Speicherverwaltung und die Jahresabonnements. Man kann neu eingeben, wie viele Episoden und so weiter geladen werden sollen, in welchem Zeitraum das sie behalten werden und so weiter und so fort. Sehr, sehr praktisch. Doof, dass mein Video, was ich erst gerade vor kurzem aufgezeichnet habe, genau um das Thema ging. Ich werde es trotzdem noch raushauen und dann vielleicht mal ein Update nachwerfen, könnte ich mir vorstellen. Aber mal schauen. Auch kommen Möglichkeiten für Podcaster, die Delegated Delivery System, was Apple ausliefert, soll eine Möglichkeit sein, um kostenlose, aber auch kostenpflichtige Podcasts auszugeben. Nicht nur im eigenen Podcatcher. Das habe ich nicht ganz verstanden, wie das genau funktioniert. Muss ich mich noch ein bisschen einlesen und werde dann sicherlich mal auf dem podcatcher.ch-Blog darüber berichten, wenn es soweit ist. Weiter geht es mit Uber und die möchten jetzt eure Mails lesen. Weshalb möchten sie das tun? Damit ihr nächstens für 10% günstiger, ob frimmer oder nur wenn da was passiert und oder einmalig ist, habe ich nicht herausgefunden. Aber beginnen wir doch von Anfang. Wenn man mit dem Flugzeug, mit der Bahn, was auch immer unterwegs ist, also irgendwo draussen unterwegs ist, dann muss man sich Gedanken machen, wann man und wo man sich ein Uber bestellt. Uber möchte das vereinfachen, indem sie eure Gmail-Mails liest, können sie herausfinden anhand der Flug-, Hotel- und Restaurantbesuch, wie sagt man den, Bestellbestätigungen etc. Können sie euch dann mit ein bisschen Intelligenz hinten dran die richtige Verknüpfung stellen und direkt am Flughafen steht dann schon ein Uber für euch bereit. Vor dem Hotel, für den Vegan-Restaurant etc. Ja, finde ich grundsätzlich eine spannende Idee. Das mit den Mails lesen finde ich ein bisschen schwierig. Man könnte auch nur diese einzelnen Mails weitergeben. Aber da ist noch nicht weisheitsletzter Schluss, würde ich doch mal sagen. Aber generell geht es in eine spannende Richtung. Es soll dem, die Technik soll den Menschen das Leben erleichtern. Und das wäre eine Möglichkeit, die da gegeben ist. Hat aber natürlich dann auch wieder den Dings, dass man nicht so spontan sein kann. Zum Beispiel, ich möchte vielfach auch laufen vom Hotel zu einem Restaurant etc. Und wenn ich das spontan entscheide, was passiert dann mit meiner Buchung, vor allem was passiert mit dem armen Fahrer, der sich berat gemacht hat, und ich dann doch nicht komme, wird der dann noch irgendwie entschädigt? Kostet mich das was? Also einige Fragen sind da noch. Es sollen aber auch mehr kommen, Buscharter, Gutscheine für Hochzeiten. Das heisst, wenn man eine Hochzeit oder ein Fest organisiert, kann derjenige, der das ausführt oder plant, dann mit Gutscheinen arbeiten und das an die Hochzeitsgäste oder an die Partygäste vergeben und so weiter und so fort. Solche Dinge sollen alles zuerst mal in Amerika und in Kanada kommen. Das mit den Busfahrten, Zuggeschichten, das will man in Grossbritannien testen. Ich bin ja gespannt, wie das dann weitergeht und was da alles mit rauskommt. Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo startet sein Smartphone-Rücknahmeprogramm. Man kennt das vielleicht von Apple, da kann man ja auch, wenn man ein neues Smartphone kauft, ein anderes, also sein altes, in Zahlung geben. Ein Rücknahmeprogramm gibt es da. Etwas Ähnliches möchte jetzt auch Oppo oder hat Oppo jetzt aufgebaut, zumindest hier in der Schweiz. Wenn du ein neues Smartphone dir kaufst von Oppo, kannst du ein altes zurückgeben. Mit der Eingabe Marke, Produkt und die E-Mail-Nummer kann damit festgelegt werden, ob das Gerät überhaupt geeignet ist für die Rücknahme und dann wird das Ganze abgewickelt. Passiert hier in der Schweiz, in Genf, also im westlichen Teil von der Schweiz, finde ich grundsätzlich in Ordnung. Denn eben alte Technik sollte man wieder in Umlauf geben, respektive zu neuer Technik umarbeiten lassen. Recycling etc. sind alles Themen, die heute sehr, sehr wichtig sind, die eigentlich schon lange wichtig sind. Aber schön kommt da jetzt ein anderer Player noch mit auf den Markt, der das auch tut. Wer eine nette Atmo-Wetterstation hat, ich habe deren drei, kennt das sicherlich. Die Aussenstation, die ist im Wind ausgesetzt, der Sonne ausgesetzt. Je nachdem, wo man sie platziert, dem einen mehr, dem anderen weniger. Und dazu gibt es jetzt eine Lösung für all diejenigen, die damit Probleme haben. Es gibt so ein Überstülpteil, womit dann das Aussenmodul deutlich besser geschützt sein soll. Vor Wind, vor Sonneneinfluss etc. Und es soll auch die Genauigkeit der Messwerte erhöhen. Da bin ich mal gespannt. Mal schauen, ob ich mir das anschauen werde. Bei mir hatte ich zumindest noch nicht das Problem, dass da irgendwas, ja, wie sagt man dem? Meine erste, sage ich es andersrum, meine erste Wetterstation steht seit 2011 und die läuft immer noch. Ob die jetzt ganz genaue Resultate liefert und oder nicht, kann ich nicht sagen. Da hat sich ja auch einiges getan bei den ganzen Modellen oder bei den drei unterschiedlichen Modellen, die ich habe über die ganzen Jahre. Aber es liefert zumindest immer noch Werte und das Ganze funktioniert noch. Also somit denke ich, dass das vielleicht doch nicht der falsche Weg ist, um da ein bisschen mehr Sicherheit reinzubekommen. Wenn man ihn zumindest nicht wie ich eben, mein, unseren Erster, der ist relativ gut geschützt draussen. Andere, die ich habe, die sind dann schon mehr den Wettereinflüssen ausgesetzt. Somit könnte ich mir vorstellen, dass das definitiv nicht ein falscher Weg ist, sowas drüber zu stülpen. Und dann eben mehr Schutz vor den Wetterbedingungen zu haben. Weiter geht es mit Crosscall, der Smartphone- und auch Tablet-Hersteller aus Frankreich. Der hat ein neues Tablet vorgestellt. Kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie durfte ich ja damals noch das erste Tablet von ihren, das Core T5, in Paris bestaunen gehen und das auch für euch testen. Jetzt kommt der Nachfolger raus. Was kann das Teil mehr? Es hat 4G. Spannenderweise kein 5G. Das finde ich ein bisschen speziell, aber ist nun mal so. Hat WLAN integriert, hat alles, was so in den Tablet mit reingehört. Das Wichtigste ist natürlich vor allem, es ist sehr durable, es ist sehr resistent. Du kannst es runterfallen lassen, man kann es einfrieren. Das funktioniert nach vielen Stunden immer noch, oder besser gesagt nach Tagen, zumindest beim älteren Modell war das noch so. Das haben sie uns damals recht eindrücklich gezeigt. Dann auch wasserdicht ist ein Thema. Es ist ein Gerät, das man für Menschen braucht, die viel draussen sind, mit Dreck rumhantieren, wo es nass und schmutzig werden kann. Egal ob auf dem Meer, auf dem See, im Lager, wo auch immer, kommt das zum Einsatz. Und dazu gibt es natürlich die ganzen praktischen Zubehör-Gadgets, wie eben Strom aufladen mit Magnet, ähnlich wie man es von Apple her kennt. Dann die ganzen Halterungen und die Anbringungen am Körper, sodass man es eben immer dabei hat und vor allem auch griffbereit hat. Ein praktisches Tablet, wenn man eben sowas Stabiles benötigt. Zu guter Letzt habe ich euch auf daily.tiktok.ch noch einen Testbericht verlinkt. Der IKEA Webby, ein kleines Licht-Lautsprecher-Gadgets. So klein ist es nicht mal, aber einfach ein Kombigerät, das sehr praktisch ist, wem das Design gefällt. Schaut es euch mal rein. Ich habe neben dem Testbericht auch ein Video für euch da. Ich würde mich freuen, wenn ihr Feedback dazu habt. Ich bin mal gespannt, wem das gefällt und oder auch nicht. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören für heute. Für mich geht es heute schon ganz früh in Richtung Mailand unterwegs. Ich kann nicht garantieren, dass es heute Abend eine Episode gibt. Ich versuche mein Bestes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bald schon wieder. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.